Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Krypto. Hohs oder Bärenmarkt, Bitcoin-Verluste durch Panikverkäufe steigen im Jahr 2022. Die Verluste der Bitcoin, BTC, Verkäufer steigen, da der BTC-Preisrückgang zeigt, dass einige Anleger angesichts der aktuellen Preise in Panik geraten. Daten des On-Chain-Analyse-Unternehmens Glasnode und der Trading Suite Decent Trader zeigen, dass im Januar immer mehr BTC-Einheiten-Coins für weniger verkauft haben, als sie sie gekauft haben. On-Chain-Loss-Selling jetzt konsistent. Während niemand einen Vermögenswert ohne Gewinn verkaufen möchte, neigen Bitcoin-Abwärtstrends dazu, dass eine bestimmte Kohorte von Marktteilnehmern dies trotzdem tut, aus Angst vor größeren Verlusten, wenn sie an Ort und Stelle bleiben. Diese Panikverkäufe werden oft von langfristigen Anlegern verspottet, die argumentieren, dass stärkere, liquidere Spieler das Angebot zum Nachteil derjenigen, die verkauft haben, aufschöpfen werden. Decentrade-Analyst Philip Swift analysierte die Metrik des ausgegebenen Gewinn-Output-Verhältnisses, SOPA. Aufgedeckt, dass, obwohl die Verkäufe insgesamt relativ niedrig bleiben, Panik in diesem Jahr eingesetzt hat. SOPA, Spend-Output-Profit-Ratio, hat in letzter Zeit einen beständigen Patch von On-Chain-Verlust-Verkäufen gehabt, fasste er diese Woche gegenüber Tour de Following zusammen. SOPA verwendet die aggregierten Daten Kaufpreis versus Verkaufspreis für BTC in einem bestimmten Zeitraum, um einen Gesamteindruck darüber zu erhalten, ob Verkäufergewinne oder Verluste erzielen. Wie von seinem Schöpfer Renato Shirakashi angemerkt, bedeutet die Psychologie des Verkaufs mit Verlust, dass wahrscheinlich nur diejenigen, die sich in Panik befinden, dies tun werden, und folglich könnten die flacheren Verkäufe in diesem Monat Grund zur Erleichterung sein. Es ist interessant festzustellen, dass der Verkauf mit Verlust in den letzten Monaten im Vergleich zum Bernmarkt 2018-19 viel flacher war, aber viel tiefer, als wir es in beiden Bullenphasen gesehen haben, fügt es Swift dennoch hinzu. und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.